Ja Leute und willkommen zurück zu The Last of Us 2. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben Freunde. Mit Abby. Ähm, ja, weiter geht's. Wollen wir mal das Tor nach oben machen. Ich hatte es. Los. Ich stütze es auf die Aktion. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Andy, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinner mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mach ich gar nicht. Komm schon. Du hast halt Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber... Ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Ich weiß nicht, wie er ist. Ich weiß nicht. Hey Andy, witte mich nach oben. Ich hab ne Idee. Ich mag Ideen. Wo bist du mehr? Okay, Hohmet, hier, ich hab's. Oh, deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bring uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft. Okay, wir kommen der Luke näher. Oh, ein Trainingshandbuch. Cool. Verdeckte Operationen. Messer anfertigen. Ja, komm. Und dann noch verbesserte Gesundheit. Okay. Hier ist nix mehr. Okay, 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 okay. Jo, alles klar. Okay, wo muss ich das jetzt hin machen? Ich bin nach oben. So rüber. Okay, sieht gut aus. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Äh? Haa, zoom Gut. Gute Idee. Mal sehen. Ah. Okay. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da. Die Base ist endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Nie zu auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, es zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Na ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja. Du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice. Braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Gefällt mir nicht. Gut. Wir sind fast an der Basis. Mann. Wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, äh, como se llama, äh, Mädchen und dem Wolf. Ha. Den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mescal von der Party letzte Woche. Verzeih. Du meinst unseren Mescal. Äh. Si. Si. Ich lass dir was übrig. Ach. Jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Ha. Kann man doch rein, oder? Jawohl. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Wieder ne Münze. Was haben wir denn da? Okay. Martha. Der Waffenstillstand ist Geschichte, also ist es zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Scars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst. Wenn du ankommst, ich nehme an, die Scars werden den Safe nicht anfassen. Er ist schließlich... Zeug von früher, beknackte Freaks. Bis bald. Sei vorsichtig. Paul. PS. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Äh. Okay. Oh. Vielen Dank. Das ist die Frage, wo ist der Safe? Da drinnen war ja kein Safe. Oder? Nee. Hier drinnen war kein Safe. Aber da steht die Kombination 17... Was? 17, 38, 0, 7. Ob ich mir das merken kann? 17, 38, 0, 7. Jetzt ist die Frage, wo ist der Safe? Aber wenn da die Kombination ist, dann muss auch irgendwo da der Safe sein, oder? Aber hier ist ja nix. Kein Safe. 17, 38, 0, 7. 17, 38, 0, 7. Okay, wir folgen den Schämen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Ich wüsste nicht, wo. Nach vorne. Wo ist der verdammte Safe, ey? Hier ist kein Safe. Warte, der kommt direkt her. Na komm. Komm oder dreh dich um. Okay. Sehr schön, Manny. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Geh, 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 geh. Waho! Na, den! Geh, 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 geh. Alles klar. Geh, geh, geh. Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Okay. Okay. Ich seh sie nicht. Ich such das Depot. Findet sie verdammt. Dann suchen wir alles ab. Alter! Komm, zeig dich. Yo, alles klar. So. So. Es geht doch. Puh. Verdammte Scheiße. War's das? Ich seh keine mehr. Je nach. Auf geht's. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Ich seh keine mehr. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Nein! Scheißt doch die Wand an! Ah, verdammt! Was ist das? Los! Es sind zu viele! Wir gehen nicht nur noch! Höre! Bringt mich nicht! Halt die Schuss! Wir sind nicht weg, Leute! Mach die Schatten, Leute! Sehr schön! Gehen wir, bevor noch mehr von den Freaks kommen. Ich liebe euch! Ich nenne meine Kinder nach euch! Bereit? Gut, dass ihr da wart. Gut, dass wir vorbeigefahren sind. Haben die Schüsse gehört. Ich nenne nichts mehr... Na gut. Scheiße, alles okay? Ich werde es wohl überleben. Hey, zeig mal die Hand. Alle da! Ich weiß, wir sind fast da. Kauft, Bach. Lasst sie durch. Na, was? Dein Rücken. Drück so fest du kannst, okay? Ach, du Scheiße. Ich habe nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Hey. Du warst gar nicht schlecht. Das ist schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. So, Alice. Brave Schmännchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich trau' ihr nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, warte mal. Wir sind hier seit drei Tagen stationiert, und es passiert einfach nichts. Dann sollten wir uns ruhig für die Abwechslung an. Auch schon geschuldet. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Ice-Alt. Wir beide? Ja. Ja. So voll war's hier noch nie. Werden, was ist los? Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Anja. Und jetzt wieder eine Werkbank. Hey, Mann. Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Ich will die Militionen insommeln. Kann ich was machen an der Werkbank? Nee. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Komm mal kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ähm, ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Ähm, gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay. Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Hey, Mann. Geht's dir besser? Ähm, die Schmerzmittel wirken, also... Ja. Halt durch. Was macht die Hand? Hm. Werd' wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Hm. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Menona? Nur noch ein paar Stiche. Und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mann. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ähm, ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora. Konntest du dich ausruhen? Ich werd bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Ähm, freundlich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste. Damit Last of Us 2 wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Nen Abo da lassen. Und da würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Soccer Boy. Game over. Ciao.